Die erste Bank gibt öffentlich zu, dass sie keinen Kreditvertrag mehr vergibt oder gar die gesamten Geschäftsbeziehungen aufgibt bzw. kündigt, wenn die Klimasituation des Kunden nicht ausreichend ist. Und die bewertet sie natürlich für sich komplett selbst. Das heißt, eine Firma X möchte einen Kredit haben, um neue Maschinen oder ähnliches zu kaufen. Und dann fragt diese Bank, wir gucken gleich auch ganz genau, welche Bank das ist, ja, wie sieht das denn aus, wie haben sie denn vor, trotz dieser Anschaffung der Maschinen ihren CO2-Fußabdruck zu verbessern? Und dann sagt die Bank, sagt der Kunde, ja, dies und jenes. Und dann gefällt der Bank das nicht, dann ist das für die Bank nicht ausreichend. Und dann sagt die, okay, mit ihnen machen wir das nicht mehr und sie bekommen auch keinen neuen Kreditvertrag. Ihr habt richtig gehört, Leute. Wir sind mittlerweile in dieser Situation wirklich angekommen. Jetzt wird das erstmalig öffentlich auch so zugegeben. Und es geht nun niemand geringer als der ING. Und wir sehen das hier, in einem Bloomberg-Interview wurde das Ganze gemacht. Ist allerdings ein Plusartikel, aber andere Zeitungen haben auch darüber berichtet. Und danke für die Hinweise. Ich habe es mehrfach per E-Mail bekommen. ING Deutschland trennt sich von Klimasünderkunden, heißt es hier. Und wir lesen es hier noch in dem Teaser so ein bisschen, bis es ausgegraut ist. Firmenkunden der ING Deutschland müssen damit rechnen, dass ihre Kontoverbindung abgelehnt oder sogar beendet wird, wenn sie über keine glaubwürdigen Pläne zur Emissionsreduzierung verfügen. Willkommen in Deutschland 2023. Und das Ganze sehen wir auch hier bei der Finanzmarktwelt.de. Die hat ebenfalls gut darüber berichtet. ING Deutschland trennt sich von Klimasünderkunden oder auch bei Finanzbusiness. Keine Kredite für Umweltsünder bei ING Deutschland. Und es geht zurück auf Eddie Henning, das ist Mitglied im Vorstand der ING Deutschland für das Wohlseil Banking zuständig, der Herr. Dann muss man sich doch mal überlegen, das sind wieder mal Verschwörungstheorien. Verschwörungstheorien beispielsweise von ehemaliger Degusa-Chef, wie es ja hier in dem Artikel auch geschildert ist, Dr. Markus Krall. Und der hat das ja schon prophezeit, par excellence, seit mehreren Jahren, dass wir in solch eine Situation ganz genau reinkommen werden. Du kannst es dir wirklich nicht mehr ausdenken. Also, denn, sie schreiben das wirklich gut hier, also Finanzmarktwelt, Top-Seite, muss ich ganz ehrlich sagen. Nämlich, sagen sie hier, was wir bei Finanzmarktwelt bisher weniger beachtet haben, waren seine Äußerungen, also von Dr. Markus Krall, zum Thema ESG. Also Richtlinien zu den Themen Environmental, Social und Governance, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Getrieben von Investoren würden Banken laut Krall künftig Kreditzinsen höher ansetzen, wenn Firmenkunden zum Beispiel einen schlechten CO2-Fingerabdruck haben. Bei dem, was wir heute sehen, geht es gleich einen Schritt weiter. Firmenkunden der ING Deutschland müssen nämlich damit rechnen, dass ihre Kontoverbindung abgelehnt oder sogar beendet wird, wenn sie über keine glaubwürdigen Pläne zur Emissionsreduzierung führen. Ich will nicht sagen, ich würde es nicht glauben, wenn ich es nicht selber hier im Zitat auf mehreren Seiten gesehen hätte und bei einer seriösen Quelle wie von Bloomberg im Interview gemacht wurde. Heutzutage traue ich diesen Firmen wirklich so etwas zu. Es ist schade, aber das ist die Situation, in der wir mittlerweile leben. Es ist wirklich krass. Denn, hier heißt es, wenn die Kunden keine angemessenen Antworten auf Fragen der Bank zu ihrem CO2-Fußabdruck geben können, müssen sie damit rechnen, dass ihre Kreditanträge abgelehnt werden. So sagt das ING-Firmenkundenchef Eddie Henning in einem Bloomberg-Interview. Und im Zitat sagt der Herr, was für uns nicht funktioniert, ist, wenn die Kunden keine Vorstellung davon haben, wie sie zu einem weniger kohlenstoffintensiven Geschäftsmodell übergehen wollen. Ja, super. Da kannst du auch super gut expandieren. Eher nicht. Dann heißt es hier weiterhin, manchmal bedeutet das, dass man sich von einem Kreditnehmer trennen muss. Sogar die komplette Kündigung erfolgt dann. Ja, Moment. Also, nehmen wir mal ein Beispiel. Jetzt ist die Firma XY, die produziert, was weiß ich, ich nehme immer gerne hier einen Kugelschreiber, weil ich hier einen Kugelschreiber liegen habe. So, und der Kugelschreiber, der Teil hier ist aus Kunststoff, der Teil hier aus Metall. Und der muss hergestellt werden. Das muss eine Gussform, die muss gemacht werden bei dem Kunststoff. Und das Metall, je nachdem, wird vielleicht gefräst, je nachdem, wie auch immer das hergestellt wird. So, und da fallen natürlich Emotionen an. Und dann sagt die Firma, das ist jetzt hier speziell die Firma Parker. Sehr geiler Kugelschreiber, kriege ich leider kein Geld für von der Firma Parker, dass ich das sage, aber ich mag die sehr gerne. Auf jeden Fall sagt die Firma, ja, wir haben ein neues Verfahren, wir möchten da noch schneller, noch mehr produzieren. Da würden wir jetzt gerne eine Maschine kaufen, die kostet 250.000 Euro, brauchen Kredit über 200.000, 50.000 haben Eigenkapital. Dann sagt die ING, okay, wie stellen Sie sich das denn vor? Die Maschine, sehen wir aber hier, hat eine höhere CO2-Emission. So, und dann sagt Parker, oder auch Firma XY, das ist ja Jacke wie Hose, weil alle davon betroffen sein werden, die Kunde bei ING offensichtlich sind, ja, haben wir uns nicht die Gedanken drüber gemacht. Möglichkeit 1. Oder, ja, haben wir uns Gedanken drüber gemacht, wir würden jetzt hier CO2-Zertifikate und hier Kompensationen kaufen, damit da Bäume gepflanzt werden oder sonst was. Ja, das reicht uns nicht aus. Da haben wir uns was anderes vorgestellt. Und dann sagen sie, ja, okay, wir haben diese und jene Maßnahmen entwickelt und gedacht, ja, dadurch reduzieren wir das. Ja, okay, dann passt das. Wisst ihr, Leute, was ist denn das? Eine Bank soll jetzt darüber entscheiden, ob das sinnvoll ist, ja oder nein? Kann die das fachlich überhaupt? Haben die dafür angebliche Experten eingestellt, um das zu beurteilen und zu bewerten, wie so eine Produktion überhaupt dann ablaufen kann und besser sein könnte in der CO2-Emission? Das halte ich für sehr, sehr vage und ist schon eine sehr, sehr große Anmaßung meiner Meinung nach auch. Es geht noch weiter, denn in der Praxis bedeutet das, ING Deutschland hat bereits oder in einer Handvoll Fällen pro Jahr Kundenbeziehungen beendet oder Anträge von Unternehmen abgelehnt, die Kunden werden wollen, so Henning. Also eine Handvoll, sprich circa fünf. Das sind fünf zu viel. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und interessant ist dazu auch in diesem Artikel, deswegen habe ich den nämlich auch noch auf, ein weiteres Zitat, das der Herr gesagt hat. Dann heißt es nämlich hier unten, die Trennung von einem Großkunden kann für eine Bank kostspielig sein. Die Entscheidung sende jedoch auch eine wichtige Botschaft aus zu Henning, denn sie löse in der Regel einen Denkprozess bei den betreffenden Unternehmen aus. Wenn ich mir heute die Unternehmen anschaue, von denen wir uns vor ein paar Jahren getrennt haben, sind sie jetzt super bankfähig. Sie haben sich also wirklich verändert. Ja, und ich glaube, das sendet wirklich eine Entscheidung oder eine Botschaft aus, eine wichtige Botschaft. Ich persönlich möchte kein Kunde bei ING im Business-Bereich sein. Und ja, ich habe dort ein Konto, über Jahre hinweg schon, das ist unter anderem auch ein Aktiendepot von mir, das ich dort habe, neben Freedom24. Aber da werde ich mir jetzt Gedanken darüber machen, dieses zu kündigen. Weil so etwas werde ich nicht fördern und nicht unterstützen. Punkt. Ganz einfach. Und da könnt ihr mal reinschreiben, wie ihr mit so einer Situation umgeht. Denn was meint ihr, wie schnell das vom Business-Bereich, vom Geschäftskunden-Bereich auf den Privatkunden-Bereich kommt? Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Dann heißt es, ja, Herr Haas, was fahren Sie denn für ein Auto? Wie viele Videos produzieren Sie denn am Tag? Wie viel CO2 wird denn dadurch durch Strom freigesetzt etc. pp. Wie sehen Sie denn die Entwicklung? Sie sind ja auch selbstständiger als Unternehmer. Wie sieht denn da Ihre Situation aus? Und gerade aus dem Grunde bin ich persönlich bei Freedom24 mit meinem Aktiendepot auch sehr glücklich. Denn die werden mir garantiert nicht das Konto kündigen wegen irgendeiner Situation. Guckt es euch gerne an. Ich verlinke euch Freedom24 unterhalb. Und ihr wisst das ja, ich mache da eine schöne umfangreiche Videoserie bezüglich dem Aufbau meines Aktiendepots. Also folgt mir hier auf dem Kanal dafür auf jeden Fall. Und ihr habt eine attraktive Verzinsung auf dem D-Sparkonto. Das könnt ihr hier unten auf der Seite nochmal ganz genau nachlesen. Wenn ihr nämlich Euro drauf überweist auf euer Konto bei Freedom24 bekommt ihr 2,5% aktuell in Euro und sogar 3% auf US-Dollar. Und ihr habt auch sehr attraktive Konditionen, wenn ihr dort Aktien kauft oder auch verkauft. Aber schaut es euch ganz genau nochmal an. Und an der Stelle muss ich auf jeden Fall nochmal darauf hinweisen, weil gerade heute Abend, seht ihr ja direkt auf der Startseite hier, wird Dr. Markus Krall, eben der, der ja hier auch als Referenz genommen wurde von der Seite, im Interview mit Dominik Kettner zusammen sein. Und sie werden nämlich über genau solche Themen, solche wichtigen finanziellen Aspekte und ähnliches heute sprechen. Und dazu, ich für meinen Teil sage ganz klar, Geld bei den Banken muss man aufpassen. Eine große, große Blase baut sich dort auf, wie auch Dr. Markus Krall seit mehreren Jahren schon prophezeit. Und wir haben es bei verschiedenen Banken in den USA beispielsweise in diesem Jahr schon gesehen. Wir haben es bei der Schweizer Bank auch in diesem Jahr schon gesehen, was passieren kann. Und da kann man sich natürlich vor schützen mit Illenmetallen. Das ist keine Anlageberatung an dieser Stelle, aber guckt es euch einfach mal an. Ich verlinke es euch natürlich unterhalb des Videos. Dementsprechend jetzt bin ich raus, meine Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch trotz dieser interessanten Nachrichten gefallen. Wenn dem so ist, mit dem Daumen nach oben zeigt ihr es. Schreibt jetzt eure Meinung unten rein. Abo nicht vergessen, teilt das Video und ciao.